Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT. Mit dabei sind natürlich Benni, Kurga, Tautou, Dave, Akato und Kito. Hallo. Hallo. Ich bin natürlich immer noch als Special Guest announced. Na eben. Ob ab dem zweiten Mal bist du kein Special Guest, tut mir leid, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Hab ich mir jetzt schon so prostituiert oder was? Hier wird geschossen. Ja. Hallo. War das jetzt nur auf die Fässer? Also die meisten beschweren sich, ich hab 40 Minuten gebraucht, um die ganze Shit zu downloaden. Scheiße, ich hab anderthalb Stunden gebraucht. Lass Benni, ich töte ihn mal aus Spaß. Was? Ich töte ihn mal aus Spaß. Was? Hier ist jemand gestorben, Leute. Alter. Warum hast du jetzt ein Imo getötet? Benni. Musste das wirklich sein? Ja. Warum lebt ihr mir meine ganze Arbeit ab? Oh. Oh. Wieder rumgeschossen. Wenn er noch einen dritten auf... Oh sorry, Chris. Alter. Ich muss das machen, Alter. Sorry, tut mir leid. Tim, warum? Ich hab mal den Homerun-Bett ausprobiert. Ich dachte, Chris könnte es ja sein. Aber dann war es jetzt hier weiter. Chris getötet. Ja, ich hab Chris getötet. Ich hab Benni getötet, weil er sie nicht erklärt hat nach dem dritten Mal auffordern. Dann bleiben noch Keytalk und Dave übrig. Okay, Keytalk und Dave. Ich hab grad den Map ein bisschen. Oder Tau Tau heißt. Ich bin gerade unterwegs, dass ich Benni confirm. Ja, dann confirm. Wenn der Inno ist, töt' ich dich, Alter. Warum bist du an der Leiche da vorbeigelassen? Ach, du bist Markus. Ja, du keine Hure. Was willst du mehr? Ey, was willst du jetzt machen? Ja, doof gelaufen, was? Ja, scheiße. Grober. Ja. Grober gegen Baseballschläger. Hätte der Friendship Beam dich eigentlich nicht auch da oben getroffen? Ich hab jetzt 99% Wiederbelebungschance. Ich spring jetzt mal hier runter. Oh, kann ich gar nicht. Ach, hier. Wiederbelebung. Juhu. 99% krass. Ja, ich hab zwei Traitor getötet. Hätte aber auch sein können, dass du nicht wiederbelebungschance war. Ja, keine 100. Ja, ich weiß aber. Interessant. Alter, jetzt sind wir alle hier. Interessant, was bei euch ja nicht eingestellt ist, dass die Zeit pro Kill von MT nach oben geht. Oder generell pro Kill. Ach so, du meinst Overtime. Oder was meinst du jetzt? Ja klar, meinte Overtime. Was sonst? Ja, ich hab vielleicht für die ganzen Zuschauer, die das nicht wissen. Guck mal, Alter, so bist du gesucht. Also hat keiner die TTT-Täne. So viel krieg ich für dich. Also geht doch mal. Aber, soll ich euch mal was sagen? Für ihn kriegt ihr am meisten. Oh Gott, ich hab keine Waffe. Was ist das gegen Jesus? Jesus. Ich hab das Glas gebucht geschossen. Ich hab das Glas gebucht geschossen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hört auf auf mich zu. Verschießt ja mit der Schobby. Okay, dann denke ich hier jeder Schobby. 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 Ein guter Schobby. Zum Glück gibt's da Pumpgun, Alter. Alter, hier gibt's ja Autos, hier gibt's ja Cars. Ja, kannst reinsteigen mit E. Wirklich? Echt jetzt? Was? Was? What? Drückst du? Drückst du E? Drückst du E? Alter. Alter, ernsthaft. What the actually fight? Jetzt müssen wir das Thema um Keytalk. Leute, wir können mit Autos fahren. Das ist nicht einer von den beiden. Wir können mit Autos fahren. Alter, was? Was? Jetzt will ich auch. Jetzt will ich auch. Die fahren wirklich mit den Autos. Hä? What? Das ist ja super. What the fuck? Ey, wie geil ist das? Das ist ja mein Heft. Hä? Loll, Alter. Ich will auch. Scheiß auf die Traitor, ich will Autos fahren. Scheiß auf die Traitor, ich will Autos fahren. Scheiß auf die Traitor, Alter. Ich will Autos fahren. Aber echt, ja. Ich fahr weg, ich mach mir neues schönes Leben. Tschüss. Alter. Wer war das gerade? Wer war das? 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 Wo muss, wo muss. Ja, ich war schon die ganze Zeit her. Ja, 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 ja. Ich darf dich die ganze Zeit beobachten, dass wir hier vorne verstanden, was du die ganze Zeit so hin und hergeguckt hast. Ok, also Dave ist es, wenn ich gleich still bin. Ok. Ich fahr gerade. Nice. Heiko, dog. Oha, hier geht es auch runter. Ist doch cool einfach. Gibt es noch mehr Autos? Gibt es noch mehr Autos? Ne, eins gib es noch. Oh nein. Könnt ihr mal ausprobieren. Hallo. Tschüss. Nein, da weiß ich es noch. Nein, jetzt habe ich kein Auto. Warte, hier kannst du einsteigen. Oh cool. Kann man das totfahren? Man wollte sich gerade ausprobieren. Ey, du hast mir Schaden gemacht. Also es funktioniert jetzt. Ja, jetzt habe ich nur 82 Leben. Twitter. Schieß mal nicht auf mich. Warte, ich confirm ihn. Was macht ihr da? Ey, ich kann ihn nicht confirm, Alter. Er war Traitor. Das war random, Alter. Ey, jemand snipet. Er wollte nur totfahren. Was? Jemand snipet? Ja. Von wo? Na, ich nicht. Nein, ich bin es nicht. Hier, meine Sniper. Ich habe Tautor jetzt mal getötet. Ich wusste nicht. Scheiße, war es doch nicht. Okay, ich springe. Aua, Chris macht mir Damage. Hey, Tito, hör doch auf. Wie zu schießen? Chris ist es doch. Achso, ich steig mal raus. Wo ist er denn? Er muss irgendwo oben sein. Scheiße. Das Auto... Ich bin einfach in meinen Tod geschwungen. Ja, aber lassen wir jetzt nicht die ganze Zeit mit den Autos fahren. Nee, nee, nee. Scheiße, Alter. Sag mal, Tim, hast du mich vergiftet? Äh, nee, ich habe dich mit der Shotgun abgeschossen. Warum hab ich denn so einen Scout-Schuss gehört? Weißt du euch nicht. Also, ich hab... Ja, Schaus anfasst du mir. Aber irgendwie hat mir die ganze Zeit gemacht. Am Anfang habe ich versucht, Chris zu vergiften. Mit zwei Schüssen, aber beide nicht getroffen. Ja, weil beide auf mich gingen. Nein, nein, weil ich habe beide auf Chris geschossen. Danach kamst du erst mit Kitok hoch zu mir auf diese Ebene. Danach habe ich schon gar nicht mehr geschossen mit der Gifte. Das war ja der erste Moment. Wo ihr dann gerade hoch kamt, habe ich die weggesteckt und dann hatte ich die Rifle auf einmal in der Hand. Ihr hattet mich fast erwischt, wie ich versucht hätte Chris zu vergiften. Und dann hat Markus versucht Zeit zu gewinnen mit diesen Autos. Ja. Ich habe keine Waffen, Alter. Das ist scheiße. Chris ist Traitor. Verdammt, jetzt bin ich wieder am Eingang, Alter. Okay, mach mal. Alter, Markus. Wer war das jetzt? Ich habe auf das Haus geschossen. Ich habe auf das Haus geschossen. Markus hat die Tee erschossen. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Fuck. Ich habe Radar. Wir sind beide rum. Ja, wir haben das Vorscheid im Kopf. Was hast du gekauft? Eigentlich den Juggernaut, aber... Dave, was machst du da? Ah, das ist gerade abschießen. Warum? Chris ist es, weil du Traitor bist. Ja, der ist es auf jeden Fall. Ja, okay, ich schieß es nicht ab, komm. Ja, warte, warte, komm mal her. Dann wirst du gleich sehen, dass es wieder ist. Ich kann es nicht sein, ich habe da gerade Markus getötet. Der war doch Traitor. Okay, dann Schluss. Der hat den echt getötet. Der, wie du bist du eigentlich? Ich kann alle Möglichkeiten abdecken. Ich kann auch gegen zwei bestehen. Hä? Alter, ich habe da gerade mit Tauta und mich unterhalten. Ja, was hast du gekauft? Ja, es ist gleich etwas Falsches gekauft. Ja, okay, pass auf, ich habe Radar gekauft. Und du so, ja, Chris ist es auf jeden Fall. Äußern, Tim, äußern. Der ist oben irgendwo. Das ist so geil. So gut, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Na, hier ist er. Verdammt. Der ist... Ja, der ist da unten irgendwo. Vorsicht, wo du da jetzt reingest. Hast du keinen Punkt? Nee, der Tick kommt erst jetzt. Und zwar ist er... Ist jetzt wo ganz anders wieder? Hinten, Alter. Wo ist da hinten? Ähm, wo die Autos stehen, drunten. Dort unten, wo die Autos sind. Wo gerade in Autos langgefahren sind. Dort unten ist er. Also irgendwo am Gelände? Irgendwo auf dem Gelände dort ist der Tick gewesen. Mitten auf dem Gelände. Okay. Oh, der beschießt mich halt. Ich habe nur noch 65 live, Junge. Der muss dann unten irgendwo noch sein. Auf dem Gelände. Aber ich habe ihn jetzt halt nicht gesehen. Wenn du jetzt Richtung zu mir hinterhin guckst, wo die Autos sind, dort hinten muss er irgendwo sein. Bei den Bergen oder was? Weiß ich nicht. Irgendwo da unten, wo wir gerade in der Autos langgekuss sind auf jeden Fall. Dort hinten war der Tick gewesen. Ich finde, wenn man im Team ist, sollte der andere Traitor-Kollege auch das Radar sehen. Finde ich besser irgendwie. Der könnte jetzt auch wieder über alle Berge sein. Hast du noch Credits? Tautor, lebst du noch? Okay. Tautor ist tot. Verdammt. Ich habe Angst vor den Buggys. Wieso treffe ich dich nicht? Ey, ich bin voll. Ich habe mich dreimal voll erwischt. Ja, komm. Da ist irgendwas im Weg, Alter. Wieso triffst du mich, aber ich dich nicht? Dass es da behindert. Versuch's nochmal. Sehr gut, ey. Ich habe den genau auf dem Board. Nee, nee. Du hast auf drei Füße gezogen. Es ist auch kein Problem, es mit zwei Leuten aufzunehmen. Aber ganz ehrlich, Tim, wenn wir schon mal zu dritt sind, dann hättest du sagen können, da hinten beim Ölturm und nicht da in meine Richtung. Das habe ich nicht gesehen. Der ist ja erst weitergegangen, als der Tick kam. Der Tick ist unten, wo die Dinger runterfahren, unter der Rampe gewesen. Ach so. Das wusste ich ja nicht. Aber was auch schön war, dass ich das ausnutzen konnte, dass der Tick, der Markus mit der Golden Eagle angeschossen war. Ja, das ist so ein Mist gewesen, weil der Detective hat sich selber getötet. Was ist jetzt passiert? Bis ich dann gemerkt habe, ah, Golden Eagle, okay. Ich fand's einfach so geil, wie Dave eiskalt Chris getötet hat, Alter. Und wir uns unterhalten. Das hab ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Das fand ich so geil. Ich hab auch einfach nicht, ich hab nicht zugehört. Das ist das Problem. Wir wieder auf die Fässer hier geschossen, aber... Ja, hab ich mal wieder, aber immer selbst Schaden braucht. Marco Story, Marco Story. Und wie gesagt, für die Slow Motion braucht die nämlich ein Binding für die Konsole. Du musst doch nochmal schauen, bitte, Markus. Okay. Ich kenn's leider nicht auswendig. Aber wie hast du die dann machen können? Weil ich ihn dafür gebindet habe. Okay. Markus, wir machen jetzt Führerscheinprüfung. Also eben zum Beispiel dafür, ähm, und? Ich weiß nicht, hast du einen Little Helper auch angefügt? Sollte ja. Äh, für den brauchst du auch ein Binding. Okay. Ah, was geht? Nur mal für eure nächste Aufnahmesession. Markus, ich hoffe, du bist gut versichert. Ja. Bin ich wirklich? Ja, ich bin hier hinten drauf gefahren. Das kostet bestimmt alles. Ich darf einfach dann nicht zurückschießen lassen. Ja, Tata. So, Disco, tralalalala. Schießt da jemand auf mich? Nur weil ich bin... Hey, warum schießt der auf mich? Ich war auf die Reifen geschossen. Wow, Disco, jemand rausgefallen. Wow, was? Ich hab's doch gesagt. Tautau ist gerade runtergefallen, oder? Ohne Scheiß? Konfirm, bitte. Oh fuck, sorry Tautau. Nein! Oh, Betty ist gerade einfach runtergefallen. Untergefallen. Hier ist gerade einfach Tautau und Betty runtergefallen. Mhm. Ich merk schon, runtergefallen, Alter. Ja. Was? Ja. Ja. Also Kitok ist Traitor. Hab ich gehört, mit nem Baseballschläger in der Hand. Chris! Bist du Traitor? Nein. Ich verstecke mich. Hast du gerade geschockt, Chris? Nein, ich hab gesnipert. Nein, ich hab gesnipert. Ja, warum? Warum auf wen hast du gesnipert? Ich hab geguckt. Ich glaub, da kommt jemand auf den Snipertau. Ich glaube, Chris ist es. Ich glaube, Chris ist es. Ja, Chris ist es. Wirklich? Fuck! Hab ihn. Ja, ihr habt es. Ja. Ja, ihr habt es. Ja. Ja, ihr habt es. Ja, ihr habt es.